Das ist ein schöner Gleitflug Stilcourt, das ist schon eine ziemlich große Stadt eigentlich Ja, wenn man es so sieht, ja Auf jeden Fall Ist doch gar nicht so aufgefallen mit dem dritten Teil Bam, eine Landung Hol den Abschluss Lassen wir dir jetzt hier, gehen wir weg Also ich habe dann schon mal die Leute hier ein bisschen Aufgemuntert Du dann demnächst da? Ja, ich probiere gerade mal den Gleitflug aus, den habe ich gerade neu bekommen Ah, ok, den habe ich schon ein bisschen länger, der ist cool Ist ja auch ziemlich lange Gleiten Da habe ich eigentlich keine Waffe Da habe ich eigentlich keine Waffe Nein, ich stiebe schon wieder Warum die bläben Ach, da ist der Gleitflug Gerade noch rechtzeitig So, das war schon wieder mit der Nebenaufgabe Ok Tja, genau wie das Herr dann drauf Boah, guckts Fies Weißt du es schon wieder? Kletter den Turm hoch, da geht's weiter Da, hier Hast du, hast du, hast du Hab ich, hab ich, hab ich Hast du, hast du, hast du Hast du, hast du, hast du, hast du Hast du, hast du, hast du, hast du Hahahaha Ihr Geld ich geh außen rum da kann man bestimmt gleich so rauf springen mit dem gleiten ich schaue mal ob ich da irgendwie hinkomme wo man springen kann ist einfach phänomenal ich glaube das sollte sich ausgehen ja 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 das schaut doch gar nicht so schlecht aus da muss ich hin ach ich spring einfach mal hoch ich will noch ein paar datensammlungen du bist hochgelaufen naja ok die hol ich mir nach die da hoch und die und die ich bin ja so blöd ich war nicht hoch na toll wir müssen gleich ganz runterfallen wieder ja ich auch ich krieg die kurve noch gut da wo ich gerade gestartet bin so ganz oben oh ja 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 so der turm gehört auch wieder uns sehr schön aber auch hoch da ist noch einer sieht gut aus so ich glaube das war es ja und dann wieder zurück zum schiff da ist noch einer nein komm schon ach scheiß drauf wir haben noch eine zwischenaufgabe neben mission der fies die ist ja in der luft und zwar ich habe Upgrades Upgrades ohne Ende aber schnellere sinken in der Bekanntheit das nehme ich auf jeden Fall und das war es dann hier Gesundheit great jawohl mit der Gesundheit great nehmen wir mit ah denn ja brauche ich nicht Sprengwaffen richtig tja ich gehe mal hoch gebe das mal ab und Fähigkeit geht das eigentlich für dich mit? weiter werden Steraviter gelugt? bestimmt das nehme ich mal mit wenn ich euch schon einmal fast folgt oh das nehme ich auch mit immer auf der Geld der Geld doch bitte jetzt gibt es ein Gegenstand zum anpassen so eine roe Anzug ja das sieht ein bisschen komisch aus hier ist nicht nebenbei mal dein geld abzuheben ne das nehme ich hier immer noch schönes gibt es nur als sich hier also jetzt kann ich mir grad offen eigentlich dumm auch doch gar keine ausdauer mehr oder leiten braucht das ausdauer noch ja das verbraucht nach ausdauer wo sprinten ausdauer ist unbegrenzt sprinten ausdauer unbegrenzt bist du oben oder bist du unten ich bin oben ok dann weiß ich in ruhe herz nicht dass es nachher nicht zählt gibt es unten oben schönes ich hab das bis jetzt noch nicht so erkundet also keine ahnung da gibt es irgendwie eine neue aufgabe meine ich oder ach so ja die kannst du eh dann im tab annehmen also im tabulator ok was es mit den kugeln auf sich hat weiß ich auch noch nicht so da braucht man bestimmt noch eine fähigkeit damit wir diese kugeln in diesem glaskuppel da rot machen können ja glaube ich auch ich würde sagen noch eine hauptmission und dann wahrscheinlich auch schon richtung bett weil ich muss ja morgen früh arbeiten ist ja schon wieder spät da achtet man ja gar nicht so drauf zeitgegelt hier wieder wie im flug haha 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 ach wir brauchen schon züge an kommt eh immer zu spät ja sprinten schneller so genau die hauptquests wollten wir noch annehmen evan hast du dich umgezogen vorhin schon achso ja kudos so assassin's creed style ein bisschen ach ja 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 klar ja das könnte eben so ähm mhm mhm ja 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 nix 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 ich hab nichts gemacht ah ja ja ich komme ich bin auf dem weg aber zufällig zielt jemand mit einer knarre auf dich ist klar ja vor allen Dingen wo hat er die her gezogen aus welchen Riemen hat er den die hüsenbunne ja ich bin hier durch oh die ist voll langsam ey hinten schneller oh halt stopp zurück da hab ich mal so eine datensammlung die eingefroren war und auch irgendwie ganz wenige oder ich verfehle die ganze zeit was schmeckt schon also wir haben noch die blastfunktion bekommen damit wir die datensammlung die so eingefroren sind äh rausschießen können ja die so an den Wänden hängen irgendwie seh ich da viel zu wenig davon ja die werden wahrscheinlich an den Hochhäusern kleben größtenteils ja vielleicht da hinten nochmal so die Mission eigentlich schon angenommen? hab ich schon mal gefragt Entschuldigung vergessen ich hab die Mission angenommen ja ich bin eh schon am Weg dahin ok wenn du da bist müsste die ja dann auch für mich losgehen ja noch knappe 100 Meter oder so oh dann müssen wir auch beeilen jetzt ha müssen wir beeilen zack ja so gucken wir nochmal was da jetzt zu lassen was gibt für uns also jump'n'run hehehe oje das ist natürlich was für ein Permo ne ja ich bin mir noch nicht sicher ob das für uns beide zählt keine Ahnung keine Ahnung das komm ich da nicht hoch das gibts doch nicht die Beziehung nach Berlin oh ich glaub der hat nur da so gut toll ich bin mir noch Zeit oh hier gehts sogar noch Zeit Kevin ja oh verdammt ich hab einen übersehen oh verdammt ich hab einen übersehen oh Gott sieht leichter aus als es so wie ist ja und da ist mal drauf zu landen ne da ist mal drauf zu landen ne ja ja ach bist denn noch Zeit Zeitdruck oh Gott zwei Sekunden mir das immer irgendwie noch mit gleiten nochmal raus zu korrigieren aber dann springst du immer zu weit und das ist dann auch irgendwie kacke volltreffer war das hier volltreffer gut nicht mehr auch noch Silber hab ich noch geholt und noch ganz hoch komm schon ach Mist der war daneben aber Silber immerhin wieder ja Gott sei Dank kein Bronze ja ja die eine Mission war ja auch echt scheiße ja crazy war jetzt ne Hauptaufgabe ja ja war irgendwie billig ja ja Spalte die KI hat weitere Spalte in der Stadt versteckt finde die Spalte und beende die Herausforderung die die KI in deiner Aufgabenliste aufgeführt hat um weitere Belohnungen zu bekommen ja was ist dann mit denen jetzt hier los keine Ahnung hm mal weg hier komische Kerle hier das ist doch cool mit den riesen Augen das ist ja schon mal mit den ganzen Leuten rum wirklich die muss man wieder gehen ja